Maya – Täuschung überwinden Huma beschreibt in Ilja die Zauberinsel Ayayé, auf der einen ein wunderbarer Wald des immergrünen Grünens und Wiederwelkens einem umfängt. Verwesendes Laub bedeckt in dicken Schichten den verborgenen Grund. Das ist der Wald, den die Vedas Samsara die Wandelwelt nennen. Überall in diesem Wald sind verzauberte Tiere, die einem kummervoll anblicken, da man ja genau spürt, dass das eigentlich keine Tiere sind, sondern eben nur in diesem Körper hineingedrückte Wesen. Die Zauberin Kirke verwandelt alle Besucher auf der Insel in grunzende Schweine. Die Maya, die mächtige äußere Energie Gottes, gibt den ewigen Seelen das Vermögen, sich mit den Körpern der Welt zu identifizieren und somit ihre wahre Identität zu vergessen. Hochgewachsen mit leichtem Blick kommt nun dem Odysseus, der auf Ayayé gelandet ist, der Götterbote Hermes entgegen und nimmt ihn mitfühlend an der Hand. Das ist Sadhu Sangha, die Gemeinschaft mit dem Guru, die uns liebevoll und zärtlich umgibt. Die Kirke wird auch dich zu einem Schwein verzaubern. In Klammer Molli leitet sich ab vom Sanskrit Mula und bedeutet Wurzel, Urgrund. Wenn ich keinen Augenblick vergesse, dass Sri Sri Radhakrishna der Urgrund, die Wurzel von allem in der Welt ist, dass alles mit ihm in Verbindung steht und ganz sanft wieder auf ihn hinweist, dann kann einem die Zauberin Maya nichts mehr anhaben. Odysseus wandert nun zu Kirke, die hinter einem mächtigen Webstuhl die Hülle der Welt webt. Kirke öffnet lächelnd die Tür und lädt Odysseus zum Mahl ein. Die ganze Odyssee von Odysseus kann auch als die Irrefahrt einer Seele durch die ganze materielle Schöpfung verstanden werden. Verstoßen mischt sie das Gift Sinnenwelt in das Mahl. Odysseus aber gedachte der Wurzel göttlicher Weltengrund und aß getrost. Lachend schlug die schöne Verführerin den Odysseus mit dem Stecken und befahl höhnisch. Auf zum Schweinestall! Auch du lieg bei deinen Gesellen. Aber wer die Wurzel Molli besitzt, den vermag das Gift Sinnenwelt nicht zu verblenden. Kirke schrie entsetzt, Staunen erfasst mich, weil du trankst und stundest den Zauber. Niemals nie hat einer dergleichen Gifte bestanden. Wenn er sie zu sich nahm, verwandelten sich alle. Dir aber wohnt in der Brust ein unzerstörbares Herz. Ja, ein ewiger Atmer ist unser innerstes Herz. Odysseus blickt tief in die Augen der schönen Zauberin Maya. Wir können sie nicht umgehen, sondern müssen sie konfrontieren. Und sie entschleiert sich vor ihm. Er erkannte sie, und sie erkannte ihn als Atmer, als ewige Seele. Er lag mit ihr im Bett, doch es geschah keine Agitation mehr. Im Erkennen unserer Beziehung zu Radha Krishna sind wir hier, aber eben doch nicht hier. In der Welt, aber nicht von der Welt. Wir müssen wieder zur Seele erwachen, indem wir den Hintergrund, den Urgrund aller Existenz erkennen, sonst sind wir nur verzauberte Tiere. Natürlich auch als Mensch in der Welt. In der Welt. In der Welt. Vielen Dank.